Ja, hallo zusammen, hier ist wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Es ist Mittwoch, der 22. Juni und in meinem heutigen Wochenausblick für die 25. und 26. KW gehe ich wieder auf die großen Indizes, den S&P 500, den Nasdaq sowie den deutschen FDAX ein. Dieses Video findet ihr, wie viele weitere Videos von mir auch, natürlich immer zuerst auf meiner Website www.löddemann-coaching.de sowie auf Facebook und YouTube unter Markttechnik erfolgreich handeln. Kommen wir nun zu den wichtigsten Terminen der kommenden Tage. Da ist zum einen heute natürlich nachmittags um 16 Uhr, spricht die FED-Vorsitzende Janet Yellen. Um 16.30 Uhr dann die Erdöl-Lagerbestände und dann sicherlich der wichtigste Termin in dieser Woche, das ist dann morgen am Donnerstag, den 23. Juni, das Referendum in Großbritannien. Weitere wichtige Termine dann am Donnerstag noch der Einkaufsmanager-Index für Deutschland und die Verkäufe von US-Eigenheimen. Am Freitag dann der IFO-Geschäftsklima-Index sowie der Auftragseingang für Gebrauchsgüter in den USA. Am kommenden Montag entfällt der Wochenausblick und deswegen auch hier noch ein wichtiger Termin für die kommende Woche, und zwar am Dienstag dann das Bruttoinlandsprodukt und das Verbrauchervertrauen. Wie gesagt, am kommenden Montag muss der Wochenausblick leider entfallen, da ich ab Freitag wieder in Lohr im Trader-Hotel bin zu meinem Workshop professionelles Screening mit dem Arginatrader in Zusammenarbeit mit dem Ausbildungspartner Carsten Berger von Arginatrader. Deswegen muss der Wochenausblick, wie gesagt, am kommenden Montag entfallen. Dafür dann aber am 4. Juli, das heißt Montag in einer Woche, dann der große Marktausblick als Live-Webinar abends um 18 Uhr. Das heißt, morgens wird es auch keinen Wochenausblick geben, sondern abends dann um 18 Uhr eine Stunde live über die großen Märkte auf Tagesbasis, Stundenbasis. Wir werden uns anschauen, wie sieht das ganze Intraday aus. Wir werden uns anschauen, ob wir hier die eine oder andere Möglichkeit vielleicht finden, wo es sich lohnt einzusteigen. Wie könnt ihr euch anmelden für dieses Live-Webinar? Ganz einfach, einfach bei mir auf meine Startseite gehen von meiner Website www.lödemann-coaching.de und dann einfach über Veranstaltungskalender und dann hier auf den 4. Juli klicken. Hier findet ihr sowieso immer alle Veranstaltungen, die anstehen. Einfach draufklicken und von dort aus dann hier euch nur anmelden, wenn ihr mit dabei sein möchtet. Wenn ich mit dabei sein kann, es wird immer einen Tag später meistens dann das Ganze als Video hochgeladen sein in meiner Videothek. Einfach dann hier auf Video klicken und euch dann einfach die Videos ansehen. Kommen wir nun zum S&P 500 Index. Wir haben in der letzten Woche hier gesehen, dass wir doch eine schöne Konsolidierung gehabt haben. Es wäre auch nicht unerwartet gewesen. Immerhin haben wir doch einiges an Unsicherheiten aufgrund des Referendums in den USA. Haben uns dann allerdings zum Wochenende hin dann doch stabilisieren können. Sehen hier auch sehr schön die Umkehrkerze und haben dann hier dann in den letzten 2-3 Tagen doch wieder uns lösen können von der 2040er-Punkte-Marke. Sehen jetzt den vorbörslichen Handel für heute noch ein wenig Uneinheitlichkeit. Genau wie gestern am Montag. Es wird sicherlich spannend sein. Ich denke, es wird auch nicht zu allergrößten Schwankungen jetzt im Vorfeld des Referendums kommen. Ich denke, wir werden die größere Bewegung erst zum Ende dieser Woche sehen. Sprich dann am Donnerstag beziehungsweise am Freitag. Da wird es sicherlich zu Verwerfungen in allen Indizes kommen können. Vor allen Dingen aber auch im Devisenmarkt. Also von daher hier auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht walten lassen. Die Stops vielleicht dementsprechend anpassen. Für alle, die das Ganze natürlich dann Intraday handeln möchten, dieses Ereignis. Ich habe dazu oder zumindest zu ähnlichen Themen schon mal Videos gemacht. Wie man das Ganze oder wie ich das Ganze von der Intraday-Seite angehe, findet ihr dann dazu ein paar Videos in meiner Videothek. Kommen wir nun zum Nasdaq-Index. Dieser sieht bei weitem nicht so gut aus wie der S&P. Auch hier hat sich das Bild nicht wesentlich verändert zu den letzten Wochen. Wie gesagt, der S&P ist mit Abstand der stärkste Markt. Hier lohnt es sich, am ehesten sich zu engagieren. Hier im Nasdaq eben ein sehr uneinheitliches Bild. Wir haben den Aufwärtstrend ja schon vor einigen Wochen gebrochen. Wir sind hier in so einer marktneutralen Phase, befinden uns im Moment hier so an den gleitenden Durchschnitten, dem 200 und dem 50er mit sehr wenig Dynamik, sodass ich hier für mich im Moment keinen Sinn sehe, mich hier im Nasdaq zu engagieren. Natürlich wird es vielleicht die eine oder andere interessante Aktie aus dem Nasdaq geben. Aber wie gesagt, so im großen Bild, wenn wir uns den Nasdaq anschauen, sehe ich hier für mich erst einmal keinen Handlungsbedarf. Schauen wir uns den FDAX an. Der FDAX hat auch in der letzten Woche, ähnlich wie der S&P, natürlich aufgrund der Unsicherheit eine Konsolidierung hingelegt, die hier auch etwas stärker ausgeprägt war. Bleibt auch gar nicht aus, denn wir sind ja viel dichter im Prinzip an Großbritannien und auch an den Auswirkungen, Wirkungen eines eventuellen Brexits. Von daher haben wir auch hier einen stärkeren Rückgang gesehen von 10.200 bis zur 9.500. Haben dann allerdings auch gesehen, dass wir uns in den letzten Tagen hier sehr schnell wieder stabilisiert haben. Auch dann hier vor allen Dingen am Montagmorgen mit einem großen Gap aufgemacht haben. Auch das darf nicht verwundern. Am Wochenende gab es dann die ersten Umfragen, dass doch mehr Einwohner aus Großbritannien eher für den Fairbleib in der Eurozone sind. Also von daher hier doch eine positive Welly gewesen. Heute sehen wir ein bisschen Konsolidierung. Ich denke, viel weiter wird der Markt jetzt auch erst einmal hier nicht laufen. Auch hier bleibt es eigentlich abzuwarten, was jetzt beim Referendum herauskommt. Und dann am Freitag müssen wir das Ganze dann wieder neu evaluieren und dann schauen, was haben wir denn jetzt einfach. Weil es ist einfach unsinnig, jetzt hier eine Prognose zu machen. Bleiben Sie jetzt drin oder nicht? Und wie wird der Markt sich dort bewegen? Ich denke, es ist jetzt einfach sinniger abzuwarten, was jetzt bei dem Ganzen am Donnerstag herauskommt. Und dann mit der neuen Tatsache, die dann da ist, dann einfach umzugehen. Man kann natürlich kurz darüber spekulieren, was würde passieren, wenn. Und möchte hier auch wirklich ein, zwei Minuten vielleicht kurz zu diesem Thema noch was sagen. Also sollte Großbritannien weiter in der EU bleiben, dann denke ich, werden wir hier sicherlich auch erst einmal weiter steigende Kurse sehen können. Wahrscheinlich werden wir es sogar schaffen, hier wieder über den 200er uns abzusetzen. Wesentlich schwieriger wird das Ganze, wenn Großbritannien, wie gesagt, hier den Austritt vorantreiben wird. Und ich denke, das wird für sowohl für Großbritannien, aber auch für die anderen EU-Länder sicherlich erst sich mal etwas negativ auswirken. Wahrscheinlich dann auch entsprechend in den Aktienkursen so, dass ich im Vorfeld dazu hier keine großen Positionen mehr eingehen werde. Im Gegenteil, ich werde meine jetzt heute und morgen noch weiter absichern und dann einfach mal schauen, was Freitagmorgen passiert. Und dann entsprechend dann im Infra-Day-Handel versuchen, darauf zu reagieren. Das war es wieder von mir, Mario für Markttechnik erfolgreich Handel. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, am kommenden Montag wird der Wochenausblick entfallen. Dafür dann aber am Montag, den 4. Juli, der große Marktausblick als Live-Webinar-Anmeldung, wie gesagt, über meine Website www.lödemann-coaching.de.